Ich gehe zu einer Party hier in Deutschland und kaufe ein Kastendier. Wie kann ich das machen, nicht dass die Leute total ausschlippen und sagen, nee, das trinke ich nicht? Wenn man hier mit Brust, mit dem Brust macht, stößt man so am Kahn. Biokultur. Hier ist ein Nahrungsmittel, da ist alles drin, was der Körper braucht. Das ist ein Nahrungsmittel, da ist alles drin, was der Körper braucht.